moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem kanal danke dass du daraus wieder eingeschaltet hast und ja heute geht es weiter mit der 5m reihe und zwar zeige ich euch heute wir custom waffen installieren könnt mit der aux unterstützung und ja ja so sieht das gute stück dann auch aus was wir in der video beschreibung dann finden werden und diese werden uns dann hinzufügen und ich zeige euch natürlich wo ihr die magazin größe ändern könnt denn hier sind jetzt 250 schuss drin so so Was ist das? So, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. So, wenn wir das Ganze dann heruntergeladen haben, müssen wir das Ganze einmal auspacken. Dann haben wir diesen Ordner hier und hier machen wir das Minus Free dann einfach weg. Und gehen dann anschließend in den Resource Ordner. Und ja, müssen das Script einfach nur starten. Also, ist wie in ein Fahrzeug dann einfach. Wir kopieren uns hier wie immer den Ordner Namen einmal raus. Oder starten das Ganze per Ordner. Dann gehen wir in den Resource Ordner. Und ja, ziehen einfach diesen Ordner in den Resource Ordner. Und dann gehen wir zurück, gehen in die Server CFG oder in die Extra CFG. Und müssen das Ganze dann hier unter einfach starten. Speichern und schließen. Ich habe das Ganze im Extra Ordner gemacht. Hier. Und somit ist das Ganze auch schon gestartet. Jetzt gehen wir in diesen Ordner rein. Und öffnen dann zugleich auch nochmal das OX Inventar. Gehen auf Data. Und ziehen uns diese Waffen.lua einfach raus. Dann haben wir das hier und können das Ganze einfach öffnen. Als nächstes müssen wir uns hier eine Spalte einfach rauskopieren. Ja, so das heißt, wir kopieren uns hier einfach die Spalte raus. Und ich habe das Ganze dann einfach hier unter dann eingefügt. Das heißt, wir fügen das Ganze dann einfach hier ein. Und jetzt gehen wir hier rauf oder hier rein und kopieren uns hier den Waffennamen schon mal raus. Und fügen den dann einfach ein, wo wir das Ganze reingekopiert haben. Das heißt hier. Hier können wir eine Übersetzung rein knallen. Und ja, hier gehen wir an, welche Munition verwendet wird. Da habe ich jetzt hier 9mm gemacht. Genau. Wenn ihr die dann soweit drin habt, dann könnt ihr das Ganze speichern und wieder hochladen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier hin. Zack, ersetzen. Ja. Und soweit ist das schon mal fertig. Jetzt ist die Waffe schon mal registriert. Und könnten wir auch per Befehl dann uns dann holen gleich. So, nun gucken wir doch mal, wie wir die Munition denn höher machen können. Pro Clip. Dazu gehen wir in den Data Ordner. Dazu gehen wir in den Meta Ordner. Gehen auf Komponente. Und gehen hier unten auf Clip. Dann öffnen wir das gute Stück. Und hier steht bei euch eine 30. Die ändert ihr einfach oben auf 500. Beziehungsweise 250 ist wohl das Max, was man verwenden darf oder kann. Und ja, das speichert ihr und ersetzt das Ganze. Mehr ist das Ganze nicht. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt gesaved haben, dann gehen wir auch hier hin. Und ja, gehen dann zurück und suchen unseren Ordner, wo wir das Ganze dann reingetan haben. Und ersetzen einfach diesen kompletten Ordner dann einfach miteinander. Und somit haben wir das Ganze schon erfolgreich installiert. Nun können wir unseren Zauber neu starten und wir haben eine neue Waffe. Wie geben wir uns das gute Stück? Dazu, nach dem Neustart, gehen wir dann einfach mal ins Spiel wieder zurück rein. So, wenn wir dann hier angekommen sind, können wir diese Waffe einmal entfernen. Ja. Und wir werden gleich sehen, dass es auch funktioniert. Das heißt, wir gehen jetzt hier, was wir jetzt noch offen haben, und kopieren uns hier schon mal den Namen der Waffe raus. Und so heißt sie dann auch als Item. Hier sind wir die zwei. Zack. Und geben uns das Ganze einmal. Zack. Und nun können wir das Ganze schon benutzen. Und somit haben wir jetzt eine Custom Waffe. Wie ihr euch jetzt noch Munition geben könnt. Das macht ihr auch so. Und zwar hier einfach das Ammo minus 9. Kopieren. Und das können wir uns dann auch einmal geben. Zack. Und wir wollen das Ganze 500 mal geben. Zack. Haben wir. Und somit können wir jetzt rumballern. So. Ja, gut. Solltest du jetzt noch auf der Suche sein nach noch mehr Custom Props oder Custom Waffen, dann solltest du auf jeden Fall mal meinen Discord Server abchecken. Dort findet ihr alles mögliche und auch alles for free. Den Link zum Discord Server findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr ganz einfach draufklicken, euch die passende Rolle geben und dann könnt ihr schon alles downloaden. Solltest du jetzt noch Fragen haben, dann kannst du gerne die Kommentarfunktion nutzen und mir deinen Kommentar hinterlassen. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auch hier mal einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao. Outro 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 Outro